Ja Freunde, willkommen retour. Danke fürs Einschalten zum Transferschluss, also ein sehr, sehr spannender Part, der uns heute erwartet. Und ja, finanziell ist eigentlich nicht viel bei uns möglich. Ich hätte gerne Mané als Stürmeralternative, das wäre etwas, wo ich echt Lust hätte. Wir müssen schauen, theoretisch wäre es möglich, wenn wir es noch irgendwie schaffen, ein paar Spieler zu verleihen, dass wir diesen ablösefreien Mané verpflichten. Das schauen wir uns jetzt einfach an. Sonst wird sich nicht viel tun bei uns, weil der Kader ja doch ziemlich zusammen ist, so wie es jetzt im Moment passt. Und ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach. Dann haben wir auch noch die Partie gegen Lübeck. Also schauen wir rein. Gut, Aufstellung und so weiter. Jetzt vor allem, weil Dressel auch verletzt ist, mache ich im Moment mal nicht. Zwei bis fünf Tage fällt er aus. Das heißt, gegen Lübeck könnte es zumindest sein, dass er vielleicht auf der Bank Platz nimmt. Vielleicht spielt er sogar. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, wir sehen. Wir haben momentan ein Gehaltsbudget von 81.000. Mané würde ca. 140.000 kosten. Ich werde jetzt auf jeden Fall, weil jemand von euch auch gemeint hat, der hätte sogar das Potenzial dann für die zweite Liga. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, mich mit dem zu einigen. Wie zum Stammspieler, wenn seine Position frei wird, Sascha Mölders von mir aus. Wobei, das könnte ich auch mit diesem Bug wegtun. Ha, das funktioniert tatsächlich. Ja, 148.000 hätte er gern neun Monate. Das ist mir, also vom Vertrag her, auf jeden Fall zu kurz. Und jetzt müssen wir auch schauen, dass wir das mit dem Gehalt ordentlich runterdrücken. Also, ich werde versuchen, das etwas leistungsbezogener zu machen. Dass er von mir aus 750 pro Tor kriegt und pro Auflauf, den er kocht, einen Tausender. Beratergebühr ein bisschen erhöhen, Loyalitätsbonus ein bisschen erhöhen. Ja, dann schauen wir mal, was er sagt. Er unterschreibt. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen besser verhandeln können. Aber das heißt jetzt grundsätzlich, dass wir 109.000 für ihn zahlen müssten. 81.000 haben wir. Das heißt, nach Adam Riese, dass wir circa, sagen wir mal, 30.000 an Gehaltsbudget jetzt in den nächsten 24 Stunden noch reinkriegen müssen, damit wir nicht negativ sind. Ich sage auch ganz ehrlich, ich würde das Risiko eingehen, wenn es der Vorstand durchlässt. Aber grundsätzlich, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, schauen wir mal, ob das nicht tatsächlich noch drin ist. Gut, wie gehen wir es an? Links hinten ist eigentlich auch noch so eine Sache. Wo wir auch nicht so wirklich zufrieden sind. Wo wir eigentlich ja noch diesen Spieler von, da haben wir in Leverkusen, Phil Kemper hoffentlich kriegen. Weil der wäre ja auch kostenlos. Dann haben wir da hinten zumindest einen Backup, der okay ist. Und dann müsste man da jetzt eben wirklich noch schauen. Also an Stein hat es mir interessiert. Den kann man aber durchaus auch im Zentrum als Backup brauchen. Aber ich würde ihn nochmal versuchen anzubieten. Von mir aus auch um 0 Euro. Einfach nur, um ihn von der Gehaltsliste zu kriegen. Können wir es mal probieren. Ich würde auch nochmal versuchen, ihn zu verleihen. Falls es nicht klappt, dann wird er halt einfach die Rolle des Backups auf der Bank machen. Das passt dann schon. Wo ist noch jemand interessiert? Sascha Möllers, den biete ich sicher nicht an. Pusic, gerade erst gekommen. Den werden wir nicht wegkriegen. Torwartposition ist eigentlich genauso eine Geschichte noch. Aber ich muss sagen, ich finde Lomp okay. Also für diese dritte Liga, für die eine Saison wird es auf jeden Fall reichen. Linz Bichler hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne verliehen. Die 50.000 Gehalt könnte man sich gut noch einsparen. Aber der will im Moment auch nicht weg. Pusic, das geht mir halt übelst auf die Nerven, dass der da ist. An Lex ist leider niemand interessiert. Weil ich bin jetzt nicht so begeistert von ihm. So, was haben wir hier noch? Den Kretschmer haben wir noch versucht anzubieten. 45.000. Auch das wird aber glaube ich nichts. Dann ihn haben wir versucht anzubieten. Auch 45.000. Probieren wir auch nochmal. Talik haben wir nicht angeboten. Knöferl haben wir angeboten. 10.000 haben wir gesagt. Das bringt nicht viel, aber es wäre zumindest ein bisschen was. Ja, und dann habe ich mir gedacht, schauen wir noch in die U19. Beziehungsweise mal zuerst vielleicht in die zweite Mannschaft, wie es da mit den Verträgen so aussieht. Ob es da, gehen wir nach Gehalt, Leute gibt, die ordentlich verdienen. Hier sehen wir Niklas Lang zum Beispiel. Ein innenverteidiger Talent ist in Ordnung. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, für die aktuelle Mannschaft ist es noch zu schwach, zu weit weg. David 100 Mark haben wir gesagt, Ersatzkeeper. Dann haben wir hier noch einen. Auch einen Keeper. 30.000 verdient der. Tut mal weg. Dann Moritz Heigl ist nicht benötigt. Versucht da jetzt einfach Gehalt noch einzusparen. Das heißt, die dürfen alle kostenlos gehen. Ich klicke da jetzt gerade relativ schnell durch. Timo Spennesberger. Auch auf nicht benötigt. Wären 10.000. Also wenn wir da noch ein bisschen was zusammenkriegen, wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Sascha Hingl. Auch nicht wirklich interessant. Aber das wollte ich nicht. Aber wichtig ist diese Gehaltsbeteiligung, dass man die ausschließt. Fabian Rotter. Ja, braucht man glaube ich auch nicht unbedingt. Dann haben wir einen Japaner. Kazuki Date. Den kann man auch versuchen abzugeben. Der ist vielleicht für die Trikotverkäufe dann ganz gut. Keine Ahnung. Vielleicht interessiert sich dann in Japan jemand für die dritte Liga. Dann haben wir hier noch Alexander Kovacevic. Ja, also wäre jetzt natürlich bitter, wenn ich die alle durchgegangen bin und wir kriegen da niemanden weg. Die verdienen jetzt alle nicht relativ viel. Da kann man nochmal versuchen, ob man die einfach verleihen oder so. Vereinen anbieten zu leihen. Wie schauen wir in der U19 aus? Ja, da haben wir auch relativ viel Gehalt. Den würde ich jetzt nicht verkaufen, sondern eher verleihen. Aber sollten wir auf jeden Fall auch schon. Maxim Kressler. Das ist ein sehr, sehr gutes Linksverteidiger-Talent. Wieso nehmen wir nicht den für die erste Mannschaft? An der Ausdauer fehlt es ihm noch massiv. Aber den lassen wir gleich mal in der ersten Mannschaft mittrainieren. Und dann ist es vom Gehalte, ja, Marco Mann hat es. Der ist noch relativ teuer. Ist aber auch kein schlechter. Ich schiebe den auch in die erste Mannschaft. Also da kommen schon brauchbare Zalente nach. Er ist leider keiner davon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwen wegbekommen. Ich glaube ja nicht. Oh! Okay. Die zahlen monatlich 140 Euro. Das entspricht also circa dem, was der im Jahr... Nee, blödsinn gar nicht. Das entspricht circa 1000. Ja, nicht ganz 2000 Euro. Das heißt nicht einmal annähernd das, was er im Jahr verdient. Aber es ist zumindest ein bisschen was. Dann die zahlen 85 Euro im Monat. Ich nehme es trotzdem an. Die zahlen nix. Löbel. Wie gut ist der? Nicht sonderlich. Ich würde ihn eigentlich gleich... Nee. Ich glaube, das sind alles die, die unser Assistent angeboten hat. Deswegen kosten... Also deswegen bringen die auch kein Geld ein. Ich nehme das jetzt einfach an. 100 Euro im Monat ist auch was. 50 Euro im Monat. Wollen wir sie gar nicht wegkriegen. 100 Euro im Monat. Nehmen wir das lieber so. Aber wie gesagt, wir brauchen noch zwei Spieler. Linksverteidiger. Gut, da könnte man es jetzt intern lösen. Yes. Beide kommen. Also Phil Camper ist auf jeden Fall einer, den ich... Das ist halt nur die Frage. Vergleichen wir den mal mit unserem derzeitigen... Wen habe ich ihn da nach oben gezogen? Maxim Kressler, glaube ich. Dann sehen wir... Kressler ist noch ein Jahr jünger. Aber grundsätzlich ist Camper schon besser. Deswegen würde ich den jetzt mal aufnehmen. Ja und Manet, den nehmen wir jetzt auch auf. Dann bleibt noch ein bisschen was vom Transferbudget übrig. Das heißt, eventuell können wir dann noch ein bisschen was verschieben, dass es sich dann doch noch ausgeht. Und wir, oder wir vielleicht zumindest nicht mehr ganz so viel im Minus sind. Schauen wir mal. Manet kriegt die 18. Camper kriegt die 34. Kressler 35. Mann hat 37. So. Wein soll jetzt mal Camper begrüßen. Und dann haben wir den Manet auch noch verpflichtet. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Dann haben wir wenigstens eine Alternative da vorne, die nicht so alt ist. Das heißt, jemand, den wir in Zukunft da auf jeden Fall dann auch vielleicht für einmal eine zweite Liga oder fürs nächste Jahr verwenden können. Aber ganz ehrlich, ich meine Lex wird im nächsten Jahr noch bleiben. Auch wenn ich kein Fan von ihm bin. Mölders, da wird der Vertrag auslaufen. Den lasse ich auslaufen. Pusic genauso. Das heißt, da kommen uns dann Spieler abhanden. Also ist der Transfer, glaube ich, nicht so schlecht. Aber auf diesen Linz-Bichler sollte man wahrscheinlich auch noch zusätzlich setzen. Also Linz-Bichler-Manet könnte ein interessantes Duo da vorne werden. Aber da müssen wir mal warten, wie sie sich entwickeln. Ja, dann haben wir da den Field Camper. Der kann eben theoretisch auch Innenverteidiger spielen. Was ich auch gar nicht schlecht finde, muss ich sagen. Also er ist dafür körperlich relativ gut. Könnte man auch versuchen, den dort anzutrainieren. Und dann haben wir den Maxim Gressler. Ja, wenn ich mir das so anschaue, der soll in der ersten Mannschaft mittrainieren. Aber der Flankenwert ist noch deutlich zu schwach. Der Tacklingwert ist schwach. Nach Ausdauer. Also der braucht schon noch so seine Zeit. Also das passt dann schon, dass er in der ersten mittrainiert. Schon okay so. Aber ja. Und bei Manet, da werden wir dann schauen, dass wir den jetzt schon langsam an die Mannschaft reinbringen. Dann gehen jetzt hier noch ein paar Spieler. Kriegen wir zumindest ein bisschen was aufs Transferbudget gut geschrieben. Leider ja nicht aufs Gehaltsbudget, aber das können wir eh verschieben. Das machen wir dann, sobald das Fenster zu ist. Lübeck ist Dritter in der Liga. Und wir haben Spiele auf der Länderspielreise. Unter anderem Wirz. Das ist ja bitter, dass wir jetzt in der dritten Liga die Länderspielpause durchspielen müssen. Bin gespannt, wer dann noch weg ist. Angebot für Dressel. Freiburg. Eine Million. Ich würde da versuchen noch zu verhandeln. 1,5. Nehmen sie an. Zusätzlich dann noch 155.000. Ich muss es annehmen. Wir brauchen das Geld. Alter Schwede. 1,5. Kann auf bis zu 1,7 steigen für einen Spieler, der weg will und dem wir es versprochen haben, dass er gehen darf. Das heißt, es ist 13.15 Uhr. Wir brauchen noch dringend einen zentralen Mittelfeldspieler. Jetzt wird es ernst. Wenn der jetzt geht, brauchen wir wirklich dringend noch wen. Natürlich haben wir jetzt mit Wirz jemanden bekommen, der uns hilft. Aber das ist noch deutlich zu wenig. Da haben wir eine von Venlö, Scherifi. 12.000. Der hat noch nirgends eine Partie gespielt. Ist anscheinend auch ein Spielmachertyp. Also am Ball stark. Wen haben wir noch? Einen von Borkowski, von RB Leipzig. Mental und körperlich sehr, sehr gut. Könnte auch auf die Zehen rücken. Und auch am Flügel spielen. Flügel finde ich ihn aber nicht so interessant. Das ist aber einer, den kann man den theoretisch. 30% Gehaltsbeitrag. 15.000, okay. Damit könnte ich leben. Valentin Lambrecht, das kenne ich persönlich leider nicht. Das wären jetzt mal die Leihspieler. Kaiserslautern oder Eintracht Braunschweig. B11. Keine Ahnung. Da finde ich den noch am interessantesten. Ich mache da jetzt einfach mal das Leihangebot. Ist nämlich auch ein Linksfuß, wie auch Dressel. Aber da würde uns natürlich ziemlich viel Qualität flöten geben. Muss man ganz ehrlich sagen. Gehen wir mal auf Transferstatus gelistet. Damit wir sehen, wer da auf der Transferliste wäre. Marco Hoba. 25-Jähriger von Dortmund. Könnte interessant sein. Ist halt sehr riskant. Über den wissen wir nichts. Der dürfte nicht gut genug sein. Ja, richtig schwierig für die dritte Liga. Also eigentlich können wir Dressel gar nicht hergeben. Aber wir haben es ihm versprochen. Und der macht uns die Hölle heiß, wenn wir das nicht umsetzen. Also ich würde den Borkowski jetzt auf jeden Fall holen. Schauen wir mal, wen man noch auf der Auswahlliste hat. Niemand so wirklich. Ist relativ klein die Auswahlliste. Theoretisch könnte man jetzt natürlich mit dem Geld, dass wir einnehmen für Dressel auch Lutsic versuchen zu holen. Jetzt muss ich nur kurz schauen, ob man für die dritte, glaube ich, hat man gesagt, darf man immer ablösefreie Spieler registrieren, oder? Spieler, die ablösefreie verpflichtet wurden, können innerhalb jeder Transferperiode registriert werden. Das ist natürlich bitter. Schauen wir mal, ob Dressel jetzt wirklich geht. Ich kann nämlich erst dann ein Angebot machen, wenn wir das Geld haben. So ist jetzt das Budget im Minus. Das könnte jetzt richtig blöd laufen. Lastmini-Transfer und wir können keinen wirklichen Ersatz holen. Dafür würde es finanziell gut ausschauen. Yes. Dressel lehnt das Angebot von Freiburg ab. Ich gehe jetzt auf Ablöseforderungen in der Höhe von 2,5 bei ihm. Ich glaube, den Borkowski nehme ich aber einfach trotzdem, oder? Ich muss es jetzt abschließen. Wir sind halt ordentlich im Minus. Wenn ich den jetzt ablehne, dann kann ich Dressel nicht mehr verkaufen. Andererseits, ob ich jetzt 60.000 im Minus bin, oder 75, ist eigentlich schon wurscht. Jetzt vergleiche ich den nur ganz kurz mit dem... Der Kader ist eigentlich relativ groß. Wir haben den Mannharz, den wir gerade nach oben geschoben haben als Talent. Ach, naja. Den kann man auf die 6 schieben. Naja. Und den Tätermann habe ich geliehen. Der ist auf einem ähnlichen Niveau, nur ein anderer Spielertyp. Ne, dann lehne ich das ab. Ich kann jetzt nur hoffen, dass kein Angebot mehr für Dressel kommt. Naja, so ein spannender Transfer-Tag. So ein spannender letzter Transfer-Tag. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Dass wir uns gegen einen bereits unterschriftsreifen Vertrag unterschrieben haben. Die Gründe dafür bleiben intern. Da gebe ich nichts an die Medien weiter. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was es sonst noch gegeben hätte an Alternativen. Vielleicht hätte ich hier sagen können, dass wir aufgrund des Dressel-Wechsels, der geplatzt ist, abgesackt haben. Abgelaufen. Dressel bleibt bei uns. Zumindest mal bis zum Winter. Das heißt, wir sind im Minus. Und zwar ordentlich. Aber ganz ehrlich, das Risiko gehen wir jetzt ein. Das holen wir raus, indem wir dann wahrscheinlich Dressel in der Winterpause verkaufen. Der Kader ist soweit eigentlich in Ordnung. Viele Talente jetzt vor allem auch dabei, die einfach mittrainieren. Denen hoffentlich die Qualität guttun wird in der ersten Mannschaft. Und alles weitere werden wir uns anschauen. Jetzt spielen wir mal gegen Lübeck. Hoffentlich erfolgreich. Und ja, ich bin irgendwie schon erleichtert, dass er geblieben ist. Also auch wenn die 1,7 oder 1,5 mal fix natürlich eine super Summe für uns gewesen wäre. Aber Dressel versteht, dass wir ihn nicht verkauft haben. Wir haben uns Zoe nicht so schlecht gemacht. Wir haben eigentlich ihm die Möglichkeit gegeben zu wechseln. Und wenn er es nicht will, dann ist es okay. So, Probetrainingsenten, Knoflach wäre ein ganz interessanter Torhüter gewesen. Und sieh, was wäre okay gewesen. Aber ich finde, dass wir mit Lomp eigentlich ganz okay besetzt. So, verfügbar für die U19. Wen macht man verfügbar? Ich würde sagen, die können wir eigentlich immer verfügbar machen. Die sollen einfach in der ersten mittrainieren und in der zweiten oder in der U19 aushelfen. Und Manet angeschlagen. Das ist ja bitter. Jetzt hätte ich ihn eigentlich sehr, sehr gerne dann zumindest schon mal eingewechselt. Boah, Kaiserslautern verliert 0 zu 4 gegen Waldorf-Mannheim. Heftig. Gut, Lomp hat nicht gut trainiert. Den kritisieren wir gleich mal. Und dann würde ich sagen, statt Manet, statt dem Verletzten, werden wir den Linsbichler mitnehmen. So, wir haben 0 zu 3 verloren gegen Unterachings-U19. Fitness-Test, Dressel dürfte spielen können, so wie es aussieht. So. Lasst mich mal überlegen. Manet ist angeschlagen. Dann nehmen wir jetzt mal den Linsbichler mit. Den Belay haben wir ja auch noch. Der Pusic wird bei mir jetzt halt einfach mal keine Rolle spielen. Aber das Problem ist, dass du den halt einfach nicht los wirst, weil er gerade erst zu uns gewechselt ist. So. Und jetzt ist die Frage, Wirtz fällt aus. Da könnte man den Greilinger auf die 10 schieben. Der ist halt nicht der vorgeschobene Spielmacher. Ich stelle den mal auf offensiver Mittelfeldspieler. Dem fehlt es ein bisschen am Passspiel. Da könnte man den Pusic mitnehmen, der dann Schattenstürmer spielt oder so. Oder Dressel nach vorschieben. Er ist noch angeschlagen und müde. Also ich glaube, wir werden es mal so machen. Dressel nur auf der Bank, aber wir halten es uns offen. Und links hinten. Wo ist ein Camper? Da ist er. Ah, der ist bei der Nationalmannschaft. Der ist auf Länderspielreise genauso. Also Dätermann war für eine andere Mannschaft aktiv. Und Gressler ebenso. Das ist natürlich bitter. Das heißt, Steinhardt wird spielen müssen. Ich nehme mir vielleicht noch den Talik mit. Da haben wir gesagt, dass wir den vielleicht aufs Zentrum umtrainieren. Denn das wäre eigentlich ein sehr, sehr guter Zehner. Wenn man sich so die Fähigkeiten anschaut, der wird das super hinkriegen. Den finde ich sogar von den Fähigkeiten ja besser als Kreilinger. Also schiebe ich den mal auf die Zehen. Auch wenn er da jetzt ein bisschen reingeworfen wird in die ganze Geschichte. Jetzt sagen wir beginnen. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Aber ich lasse mich gerne täuschen. Da sehen wir die Gegner. Auch ein paar Namen dabei, die man kennen könnte. Zeigt den Fans, was sie von uns erwarten. Talik, erste richtig gute Chance. Da hat er gleich mal den Hammer ausgepackt. Leider ein bisschen zu zentral. Torwart hat da keine Probleme. Neudeckers Ecke nicht wirklich gut. Aufpassen auf den Konter. Lecks gegen Steinwender. Hart mit keinem guten Stellungsspiel. Aber die Flanke ist natürlich kein Problem für Lamp. Jetzt mal Lübeck in der Offensive. Der Abschluss war zum Glück harmlos. So, vielleicht jetzt die Chance. Steinhardt. Moll. Sehr schön gespielt. Steinhardt mit der Chance. Blanke Mölders. Der Mölders lässt schon extrem viele Chancen liegen. Jetzt bisher in der Saison. Macht nicht den besten ersten Eindruck. Jetzt im Moment mal. Körpersprache ist gut bei den Jungs. Beim Gegner weniger. Deswegen mache ich jetzt im Moment mal keine Ansprachen, solange die Körpersprache gut ist. Hansa Rausdruck führt schon 3-0 gegen Verl. Stark. Das ist ja ein bisschen eine ereignislose Halbzeit, muss man schon mal sagen. Gehen wir mal in die Kabine. Die machen das gar nicht so schlecht, sage ich Ihnen jetzt mal. So schlecht ist es ja wirklich nicht. Es ist nur halt auch nicht gut. Ich überlege gerade, ob ich die Cariniero-Rollen ändere. Aber eigentlich bin ich eh ganz zufrieden damit. Schaut es bei Talix Anweisungen aus. Der hat keine. Der soll jetzt da mal ein bisschen ausweichen. Ja und bei den Stürmer-Rollen. Ich stelle den Möller mal auf Knipser um. Ich bin mit dieser Zielspieler-Rolle generell nie so gut gefahren. Und den Rest lasse ich jetzt glaube ich im Moment mal. Eventuell bringe ich den Dressel noch für die Schlussphase oder für die letzten 30 Minuten so irgendwas. Schauen wir mal. Aber ein Spieler wie ihn auf der Bank zu haben, tut schon ein bisschen weh. Versuche jetzt mal mehr zu fordern. Wein ist nicht ganz so fit. Auch keine gute Note heute. Aufpassen jetzt Lübeck. Abseits. Schauen wir mal, ob es wirklich Abseits war. Und vor allem wie deutlich. Ja gut. Da brauchen wir nicht diskutieren. Da braucht man sich auch nicht sonderlich über das Tor ärgern. Oftmals ärgere ich mich bei Abseits-Torn auch, weil man sich denkt, ja man hat gerade Glück gehabt. Aber bei der Situation, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, das war doch deutlich. So Dressel jetzt rein. Ich brauche ihn leider einfach von der Qualität her auch, wenn er natürlich ordentlich müde ist. Und es da durchaus jetzt sein kann, dass er nicht wirklich gut spielt. Ich möchte es versuchen. Wir brauchen jetzt einfach die spielerische Klasse. Bei den Rollen im Zentrum bin ich noch nicht ganz zufrieden. Da hat auch jemand von euch einen Kommentar geschrieben, den ich mir dann noch anschauen werde. Aber ich glaube, das war noch für die alte Taktik. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Flanke. Florian Hart taucht unten durch. Sehr gefährlich. Die zweite blockt er. Aber die verhindern wir nicht. So, ich werde jetzt versuchen, den Gegner etwas früher zu attackieren. Also wir werden höher stehen. Müssen dann halt die Abseits-Falder auch anmachen. Wir werden enger decken. So, und dann bringen wir den Greilinger für den Talik. Experiment hat noch nicht so wirklich gut funktioniert. Also der ist da natürlich noch nicht eingespielt auf der Position. Ecke jetzt für Lübeck. Und da gibt es Gelb-Rot. Gelb-Rot, das ist natürlich eine Riesenchance jetzt für uns. Das heißt, wir werden jetzt das natürlich versuchen zu nützen. Anscheinend war da ein Handspiel dabei. Ich nehme das jetzt mal aus Zentrum fokussieren raus, weil dann nehmen sie die beiden Außenverteidiger ein bisschen besser mit. Flanken früh schlagen, passt mir auch. Umschaltspiel passt mir soweit auch. Und Gegner im Ballbesitz, da werden wir jetzt halt noch höher attackieren, weil ich möchte jetzt tatsächlich noch versuchen, diese Partie irgendwie zu gewinnen. Ich überlege jetzt gerade noch, wie ich es, ob ich hier noch was mache. Also ich könnte den Linsbichler heute reinwerfen. Hat zumindest körperliche Präsenz, ist aber nicht der beste Knipser. Aber ich glaube, ich bringe den trotzdem statt Lex in der Schlussphase jetzt noch rein. Und dann schauen wir mal, 81. Minute. Was ist mit Moll los? Das gibt es nicht, der Typ geht mir so auf die Nerven. Also wenn du solche individuellen Fehler in der Innenverteidigung hast, was willst du denn da machen? Ich meine, schaut euch das an. Der schaut nur. Jetzt sind wir In Überzahl im Rückstand, wegen so einer Scheiße. So, Florin Hartz. Melders. Wieder geblockt. Ich bin mächtig sauer jetzt. Damit fallen wir sogar auf den 14. Platz zurück. Also Saisonstadt wäre damit natürlich absolut verklopft. Möller, das holt nochmal die Ecke raus. Letzte Chance für uns. Aber die ist schlecht. Boah, Moll, du bist so scheiße. Entschuldigung. Okay, gut, Leute. Ich bin richtig sauer. Wasserflasche werfen. Da sind wir natürlich jetzt richtig angepisst. Das heißt, wir werden jetzt einiges hinterfragen bei dieser Formation und bei dieser Taktik auch. Was machen wir jetzt? So, den streichen wir mal. Gut, spielerisch geht eigentlich zu wenig. Wir haben jetzt im Moment grundsätzlich natürlich Hammer auf der 10 jetzt jemanden, der spielerisch was bringen kann. Der hat halt die Vorbereitung nicht mitgemacht. Da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Der könnte vorne der perfekte Spielmacher sein. Womit ich aber sonst immer ganz gut fahre, ist, dass ich da hinten eigentlich auch einen Spielmachertypen drinnen habe. Tobias Koch ist jetzt natürlich auch nicht wirklich gut. Also ich würde Wein. Überlege gerade, ob ich Wein weiter vorschiebe. Und vielleicht Dressel diese zurückgezogene Spielmacherposition auf der 6 gebe. Weil der hat die Klasse, dass er das Spiel von da hinten gut organisiert. Dass wir das so in der Richtung machen. Zurückgezogener Spielmacher verzeidigen. Der soll die Bälle verzeilen. Und da müssen wir jetzt schauen, wie es mit Wein und Neudecker aussieht. Also was erwarten wir uns von denen? Eigentlich sollten die auf jeden Fall Anspielstationen sein. Die sollten zusätzlich aber auch durchaus mit vorgehen. Also ich persönlich würde sagen, er ist halt leider offensiv zu schwach für einen Box-to-Box-Spieler. Der könnte Ballerobernd ganz gut spielen. Daniel Wein. Und ist rechts Fuß. Neudecker ist links Fuß. Also die beiden können wir mal tauschen grundsätzlich. Da müsste man halt einfach mal schauen. Also ich finde ihn als Ballerobernd eigentlich schon nicht so schlecht. Ich meine, Ballerobernd könnte auch er spielen, aber das ist zu viel. Also zwei Ballerobernde Spieler. Ich könnte auch beide einfach mal auf Zentral und Support stellen. Und schauen, was passiert. Vorne ein vorgeschobener Spielmacher, der das Spiel organisiert. Und dann ist eben die Frage, wie wir da vorne mit den Spielerrollen tun. Also Legs ist eigentlich nicht vorhanden. Also ich habe den in den letzten Partien nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Finde ich miserabel. Möller, das lässt irrsinnig viele Chancen aus. Bei ihm müssen wir halt die Größe auf jeden Fall irgendwie besser einbringen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schauen. Das haben wir eh schon eigentlich mal versucht, dass wir den mit Flanken füttern. Der muss mehr Bälle kriegen. Deswegen überlege ich auch, dass wir Flanken früh schlagen machen. Zentrum fokussieren nehmen wir raus. Ich überlege gerade, ob wir auch den geordneten Spielaufbau von hinten rauslassen. Weil eigentlich könnte man es durchaus mal versuchen, mit langen Bällen einfach auf den Möllers. Weil der kann sich durchsetzen. Da kann der Torwart auch durchaus mal den Ball einfach nach vorne schlagen. Angriffsbreite ziemlich breit, damit wir zumindest ein bisschen in die Nähe der Außenseiten kommen. Das ist okay. Ich überlege noch, ob wir weniger pressen sollten. Und bei den Innenverteidigern, also die sind beide eine, also Moll ist zumindest mal auf jeden Fall eine Katastrophe. Da werde ich jetzt glaube ich mal auf den Erdmann setzen. Der ist halt nicht eingespielt auf der Position, aber Moll hat eigentlich gar nicht so schlechte Noten. Außenverteidiger werde ich auf jeden Fall sagen, dass er mitgehen soll, weil wir brauchen in der Formation auf jeden Fall sehr offensive Außenverteidiger. Sonst haben wir da Lücken. Ja, wie gesagt, bei den Innenverteidigern, man könnte einen theoretischer Vorstopper stellen und einen auf Rückendeckung. Ich überlege gerade, wenn man ihn zum Beispiel auf Innenverteidiger Rückendeckung stellen, sodass Tölke eigentlich dann eher der ist, der rausrückt und Moll versucht dann diese Rückendeckung zu machen. Oder wir lassen ihn normal, weil es sind ja beide mit weniger Pressing. Wir wollen da ja eigentlich gar nicht, dass da einer rausrückt. Das muss man so vielleicht machen. Ja, gut. Und dann müssen wir einfach schauen, dass jetzt das Personal zurückkommt. Also ein Dressel, der nicht fit war, ist natürlich eine Katastrophe. Ein Wirt, der leider auch nicht spielen konnte. Da dürfen wir jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken. Wir müssen das jetzt einfach mal abhaken und abschütteln und weitermachen. So habe ich es in den letzten Jahren eigentlich immer genannt. Genauso werden wir es jetzt auch machen. Ich sage danke fürs Einschalten. Nächster Part, Duell auswärts gegen Hansa Rostock. Danke, bis dann. Ciao. Danke, bis dann.